Die Rüchte werden ausgesetzt, das macht sie dann vollkommen. Ein jeder weiß ein bisschen mehr, als andere ihm sagen. Wird das Netz ganz fest und schwer, ist kaum noch zu ertragen. Du fällst auf die Knie, du träuchst dich im Garm und willst dich der Dinge erwehren. Dann fällst du dein Schwert, hebst Lanze und Schild und willst die Intrigen zerschlagen. Du findest kein Ziel im Himmel so blau, schon gar nicht auf dieser Erde. Du findest nur Schatten, ganz süße und grau und die Götter, die Götter, die kannst du nicht fragen. In Fliegen werden festgezahlt, verankert und vermauert. So wirst du langsam eingesperrt, solange wie es dauert. Es kriegst vor dir wie eine Wand das Reden dieser Menge. Und wenn du sie dann alle fragst, ist keiner es gewesen. Du fällst auf die Knie, du träuchst dich im Garm und willst dich der Dinge erwehren. Dann fällst du dein Schwert, hebst Lanze und Schild und willst die Intrigen zerschlagen. Du findest kein Ziel im Himmel so blau, schon gar nicht auf dieser Erde. Du findest nur Schatten, ganz düster und grau und die Götter, die Götter, die Götter, brauchst du nicht fragen. Du findest kein Ziel im Himmel so blau, schon gar nicht auf dieser Erde. Du findest nur Schatten, ganz düster und grau und die Götter, ja die Götter, die kannst du nicht fragen. ... ... Vielen Dank.